Toll. Sieht man mich nicht so gut, aber das hilft glaube ich auch nicht wirklich weiter. Mist. Wie komme ich denn da jetzt vorbei? Ich weiß es nicht. Nein, was? Wieso würde ich... Habe ich bestimmt irgendwo wen wieder übersehen? Mist. Oh, die Stelle ist echt schwer. Wenn ich wüsste, wo ich da langen muss, um nicht entdeckt zu werden. Das ist gar nicht so einfach, das rauszufinden. So, hier bin ich jetzt... Ja, man sieht mich nicht, da ist so ein Blatt. Man sieht mich überhaupt nicht. Nein, nein, gar nicht. So, warte. Hier muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Den muss ich auf jeden Fall ausschalten. Das ruckelt hier schon wieder. Was ist denn das? So, der ist jetzt ausgeschaltet. Und jetzt kann ich theoretisch mal einfach weiter... Huch, da sieht mich glaube ich wer. Der kommt aber nicht her. Noch nicht. Gleich, vielleicht. Hallo? Nix. Jetzt bewege dich doch mal. Ich muss... Okay, ich kann jetzt da weiter. Gut. Und vielleicht auch hier. Und dann muss ich mal schauen. Die Textur ist auch sehr hochauflösend. Diese Stelle hier ruckelt irgendwie die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum. Kann ich die irgendwie ausschalten? Nee, ne? Den hier kann ich vielleicht noch ausschalten. Ja, klappt wunderbar. Ähm. Wie soll ich denn da weiterkommen? Vielleicht mit Rauchbomben? Und dann ausschalten ihn? Ich weiß es nicht. Allerdings siehst du auch so eine Rauchbombe auch gerne mal. Ach, der sieht mich nicht. Ach so. Ja gut. Ist ja auch voll realistisch einfach. Mist. Hat doch vorhin geklappt. Mann. Okay, ich brauche... Ich probiere vielleicht doch mal den anderen Weg. Vielleicht ist das nicht der beste Weg. Ich probiere es mal hier lang. Ich weiß auch nicht, ob ich hier lang gehen soll. So, hier im Gras dürfte man mich ja eigentlich nicht so leicht sehen. So war die Theorie. Huch. Irgendwer hat mich da gesehen. Mist. Ja, das klappt ja auch nicht. Scheiße. Mann. Was muss ich denn hier machen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jetzt verkacke ich hier die ganze Zeit. Das tut mir leid. Echt. Frag mich, wie der echte Edward da durchgekommen ist. Vielleicht durch die Mitte, aber... Das kann ich mir auch nicht... Hä? Verstehe ich nicht. Vor allem kannst du die... Ich kann sie auch nicht abschießen. Wenn ich die jetzt... Ne? Wenn ich jetzt hier so machen würde... Würde das passieren? Ja. Funktioniert auch nicht. Wollte ich nur mal probieren, aber es geht nicht. Die sterben auch gar nicht durch die Kugel, interessanterweise. Das ergibt sehr viel Sinn, aber gut. Ja, wie soll ich denn da jetzt durchkommen? Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Ich meine, ich kann jetzt hier ein paar Assassinen ausschalten, aber nicht alle leider. Das macht es nicht wirklich einfacher. So, den hier kann ich zum Beispiel locker ausschalten. Hallo, würdest du jetzt bitte mal... Na also... So, geht doch. Manchmal macht er es einfach nicht, weil er einen Millimeter zu weit weg ist. Ich könnte sie hier ran... Warte mal, das ist noch eine Idee. Hey, kommt nochmal irgendwer ran hier. So werde ich zwar auch entdeckt, aber theoretisch müssten sie ja rankommen und dann... Ich probiere es woanders. Warte, ich gehe mal hier ganz kurz rein. Jetzt hat mich wer gesehen. Ja, jetzt pfeife ich noch, das macht es noch viel besser. Mist. So, jetzt ist da hinten einer. Das ruckelt... Also diese Stelle hier ruckelt auch generell irgendwie. Ne? Ich weiß nicht warum. Wieso ruckelt das denn hier so? Hallo? Ich habe echt keine Ahnung. Es tut mir ein bisschen leid, wenn es jetzt... Hey. Jetzt hör doch mal auf meinen Pfeifen und komm hier ran. Ich muss dich ganz kurz ausschalten. So. Ha, siehste, so geht das. Jetzt bin ich bloß immer noch nicht weiter, weil die da hinten mich wahrscheinlich sehen, wenn ich weitergehe. Die sehen mich doch bestimmt auch. Jetzt komm doch mal ran. Hier muss doch irgendwer rankommen mal. Nö, okay, die hören das scheinbar nicht. Dann bleibt mir nicht viel anderes übrig, als jetzt hier mal weiter zu laufen. In der Hoffnung, dass ich mich hier mal irgendwo verstecken kann. Okay, hier muss ich auch weiter. Da ist noch ein Animus-Fragment, das werde ich mir irgendwann später holen. Was ist denn mit den FPS heute los? Das ist ja voll kacke für den Arsch heute. Moment. So, jetzt habe ich die Stelle gleich geschafft. Die Frage ist nur, komme ich da auch... Pfeift doch mal. Ach, jetzt erbeutet der das nur. So, okay, erbeuten. Ich wollte eigentlich pfeifen. Upgrades verfügbar, na toll. Jetzt kann ich pfeifen, aber ich gehe jetzt erstmal zum Speicherpunkt. So, ganz wagemutig. Alter, wieso? Was ist denn heute mit den FPS los? Das war doch sonst nicht so schlimm. Huch, hier muss ich mal ganz kurz... ...mich ducken, bevor mich da wer sieht. Ich hoffe, man sieht das nicht, wenn ich... Oh, ne, das bemerkt keiner. Okay, das ergibt Sinn. So, okay, ähm... Da muss ich jetzt... Wo muss ich denn jetzt lang? Äh, Karte. Da hinten muss ich jetzt hin, theoretisch. Aber ich muss auch zur Truhe. Mist. Okay, heißt also, ich müsste jetzt irgendwie da durchkommen, ohne entdeckt zu werden. Komme ich hier lang? Hier. Das geht, okay. Irgendwer hat mich gesehen, aber jetzt nicht mehr. Okay. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Kacke. Nein! Ah, verdammt. Sie wurden entdeckt. Ach, das ist auch fies mit den Schatztruhen, ey. Wirklich fies. Aber zumindest gab es jetzt hier den Speicherpunkt. Das ist ja doch ein bisschen fairer, als wenn ich gleich immer von vorne anfangen müsste. Das wäre noch blöder. So, war hier nicht irgendwo einer, der vorbeikommt, den ich jetzt gerade mal ganz kurz... Nicht? Okay, dann halt nicht. Hier war noch einer, kam mir so vor. Na gut. Dann war das halt nicht so. Wir pfeifen mal ein wenig. Pfeif. So, das bemerkt keiner. Was ich sehr interessant finde eigentlich. So, die da hinten gucken auch gerade woanders hin. Dann kann ich ja... Achso, er beuten. Warte. Was gibt es denn da Schönes? So, die gucken gerade nach da. Dann kann ich ja eigentlich mal hier lang laufen. In der Hoffnung, dass mich da keiner sieht. So, bin ich wieder versteckt? Dann sieht mich keiner. Okay. Hoch. Oder doch? Hallo? Wieso macht er denn das wieder nicht? Hä? Der sollte doch angreifen. Warum macht er das nicht? Verstehe ich nicht. Habe ich in die falsche Richtung geguckt oder was? Ach ey, Spiel. Also das war jetzt echt kacke. Wieso hat er denn jetzt die nicht angegriffen wie sonst immer? Das verstehe ich nicht. Hier bin ich. Hier. Komm ran. So, genau so sollte er die eigentlich angreifen. Das hat er aber irgendwie nicht gemacht. Verstehe ich nicht. Huch. Geh da mal rein. So, die kommt jetzt auch gleich hier hin. So, man sieht mich nicht. Gut. Das geht aus irgendeinem Grund. Frag mich nicht, wieso das geht. Aber es geht. Was ich auch sehr interessant finde eigentlich. Ich müsste, ich muss mal hier rüber halt. So, ihr seht mich auch nicht. Nö. Okay. So, jetzt muss ich mal hier rein. Halt. Nein, nein. Mach doch das Attentat, verdammt. Ach, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Mann. Ach. Was mache ich denn da falsch? Wahrscheinlich war ich nicht nah genug dran oder so. Ich muss mich da wahrscheinlich ranschleichen und dann das Attentat verüben. Komm ran hier. Dass sie das nicht hört. Hallo, hier bin ich. Hört man doch. Ja, wenn man eine Kapuze auf hat, nicht. Aber. Genau so einen Attentat wollte ich. Siehste? So. Jetzt nochmal hier rein. Nein. Ach Mann, eh. Hat das sonst immer geklappt? Vielleicht bin ich diesmal gesprintet. Vielleicht deswegen. Ist aber auch nicht einfach. Mann, eh. Ich muss jetzt erstmal einen Schluck trinken. Warte mal. So. Das gibt's doch gar nicht. Da brauche ich jetzt echt mal einen Schluck Wasser. Das Spiel macht mich fertig. So. Hier muss ich jetzt irgendwie hin. Du. Ach, jetzt kommt er ja hin. Das ist gut. Glaube ich. Und die sieht das gar nicht. Was ich sehr interessant finde eigentlich. Wieso sieht die das denn nicht? Ach, jetzt erbeutet er das erst. Ich wollte doch pfeifen. Mann. Hey, hier bin ich. Hier bin ich, Süße. Hier bin ich. Komm, spring in deinen... Oder lauf in deinen Tod. Na komm schon. Hier bin ich. Ha, so. Okay, jetzt kann ich hier weiter, theoretisch. Hier sieht man mich, glaube ich, nicht. Doch. Mist. Kommt die jetzt ran? Nö. Die bleibt da. Okay. Okay. Okay, hier hin und dann... Warte, sieht mich wer? Nö. Jetzt kann ich einmal weiter ein... So ein Dings halt hier... Ich bin noch fast versteckt. Wieso seht ihr mich denn? Kommt der jetzt ran oder läuft der einfach nur so? Ne, der läuft einfach nur so. Die kommt jetzt ran. So, du siehst mich nicht. Ich muss mich jetzt zur Truhe durchschlagen. Wer denkt sich sowas aus? Wieso? Ich kann die doch später holen. Das verstehe ich nicht. Hm. Okay, jetzt bin ich bis hier gekommen. Das ist ganz gut. Da ist die Truhe. Huch. Die merken das gar nicht. Mist, der merkt das. Ach. Puh. Erbeutet die Truhe bitte. Oh. Ich hab's echt geschafft. Ich hab... Drei von vier Truhen für diese Quest erbeutet. So, warte mal. Nicht eh. Ich muss mal auf die Mappe... Auf die Mappe gucken. Auf die Map. Die sagt mir, hier ist der nächste Zielort. So, und ich kann zum Beispiel jetzt hier lang... Hä? Wie kann er mich... Ach, da hinten ist er. Ja, so kann er mich natürlich sehen. Das ergibt irgendwie Sinn. So, jetzt ist es auch egal. Jetzt ist er tot. So. Der nächste ist... Der nächste Assassinen. Ach, die sind unten, glaube ich. Okay. Und ich muss wohin? Ich muss da hinten auf jeden Fall hin. Heißt jetzt also irgendwie da hinten hinkommen, ohne entdeckt zu werden. Was wahrscheinlich nicht allzu einfach sein dürfte. Kann ich einfach hier... Hier rein. Da kommt jetzt gerade gleich wer. Aber... Wenn ich geschickt... Das mache, dann... Ha, klappt das. So, jetzt noch hier hin. Ich bin doch direkt hinter dir. Verdammt. Hallo. Hier. Komm ran. So, geht doch. Na also. Okay, da hinten muss ich hin. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin, ohne entdeckt zu werden? Oh, nicht gut. Da ist ein Schütze. Wo ist der denn? Ach, du Kacke. Da hinten. Und ich vermute, ich kann ihn auch nicht, oder? Der Schütze ist ja komplett im Weg. Kann ich hier ihn abschießen? Ich vermute nicht, oder? Wenn ich jetzt... Nö. Okay. Das klappt nicht. Mist, wie komme ich denn da hin, ohne dass... Huch. Ja, okay. Gut. Wieso wurde er eigentlich nicht... Ach, Mann. Also, der Schütze ist nicht tot und ich wurde entdeckt. Also, so geht's nicht. Offensichtlich. Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Herstellung verfügbar. Ja, ist ja gut. Was kann ich denn herstellen? Hallo? Hast du doch gerade gesagt, ich soll M halten, um das Herstellungsmenü zu öffnen? Klappt nicht. Nö. Er öffnet nur die Karte. Ganz seltsam. Muss ich vielleicht... Ich kann theoretisch... Ach, da oben bin ich lang. Ich kann natürlich auch einfach hier lang. Kann ich hier irgendwo mich verstecken? Sehe auch nicht, wo ich mich verstecken kann. Hier vielleicht... Sie wurden entdeckt. Ja, toll. Hier kann ich mich ja nirgendwo verstecken. Wieso sind hier keine Büsche? Muss ich echt den Weg außen rum gehen? Das glaube ich nicht. Mann, eh. So, ist ja fies. Ich probiere mal, die hier auszuschalten. Warte, hier hin? Komm mal ran hier. Hier, jetzt komm ran. Ach, Alter. Das dauert. So, tschüss. Du, da hinten siehst mich nicht. Mist. Er sollte mich sehen, damit ich ihn und so, weißt du? Ich hoffe, hier zieht mich wer. Okay, das ist gut. Der kommt ran. Und ich kann ihn mal... Oder die. Eine sie scheinbar. Nein. Ach, wie fies. Jetzt sehen mich natürlich gleich alle. Ach, Mann. So ein Dreck. Ich wollte die ausschalten. Irgendwie, um da durchzukommen. Ich vermute, ich muss die auch mit... Mit ganz normalen Fäusten halt bewusstlos schlagen. Und nicht töten. So. Da hinten müsste ich doch irgendwie lang kommen. Oder nicht? So, du bist tot. Wenn ich jetzt hier geschickt einmal rüber sprinte, was passiert dann? Mist. Das klappt nicht. Okay. Das klappt definitiv nicht. Gut, ich wollte es nur mal ausprobieren. Vielleicht probiere ich doch mal den anderen Weg nochmal. Also ich kann... Wenn ich einen auf mich aufmerksam mache, ist das noch okay. Bei zweien geht das aber nicht mehr. Ich hatte den einen da einmal hingekriegt. Den da hinten hatte ich mal hingekriegt, auf mich aufmerksam zu machen. Jetzt klappt es natürlich nicht. So. Das sehen die interessanterweise nicht. Weißt du, fällt einfach einer von denen um? Das sehen sie überhaupt nicht. Gar nicht. Nö. Wieso sollte man auch? So, sieht der mich denn wenigstens hier? Irgendwer muss mich doch hier sehen und dann mal herkommen. Das wäre ganz toll. Hallo, hier stehe ich. Guck mal hier. Er kommt auch nicht. Mann. Komm mal mal her hier. Muss ich noch drauf spekulieren, dass er mich sieht. Oder extra so stehen, dass er mich sieht. Oder sie. Und hier rankommt. Ha. Siehste? Genau so. Und dann kann ich mich einmal umdrehen. Und kann sie kalt machen. Ich meine, bewusstlos schlagen. Ja. Liebe Kinder, bitte zu Hause nicht nachmachen. Aber er ist ja eh ab 16. Ihr solltet das ja wissen. So. Theoretisch. Okay, wenn ich jetzt schlau bin, könnte ich eigentlich... Ich müsste ja gehen. Alter, was macht der denn da? Der soll den bloß bewusstlos schlagen. Der tötet den ja halb. So. Ha. Guck mal. Auch weg vom Fenster. Das Problem ist nur, da hinten sind auch welche, die hierher gucken. Und die mich dann sehen. Das ist ein bisschen doof. Und ich muss irgendwie nach da oben. Heißt also, ich muss wirklich, glaube ich, außen rum gehen irgendwie. Und die Assassinen da hinten sehen mich sowieso. Wenn ich nicht aufpasse. Die da hinten sehen mich. Warte mal. Nee, die da hinten sehen mich, ne? Wo waren die denn? Da, da. Irgendwo ist einer. Wobei, da geht's ja noch, wenn er mich sieht. So, irgendwer sieht mich da auch noch. Ach, der Pistolenschütze. Mist. Jetzt sieht er mich nicht mehr. Der ist auch fies. Wie soll man... Was soll man denn mit dem machen? Der sieht mich jetzt und feuert gleich auf mich wahrscheinlich. Sie wurden entdeckt. Ja, toll. Was mache ich denn mit dem Pistolenschützen? Liebespiel. Sag es mir. Hilfe? Wie geht das? Jetzt habe ich die Truhen, aber ich bin immer noch nicht weiter. Ich glaube, ich muss wirklich außen rum. Das sieht für mich logisch aus irgendwie. Wie? So. Das Gute ist, ich kann hier theoretisch langen, sofern diese Frau da weg geht. Dann müsste ich mich eigentlich hier langschleichen können. Ich glaube, die brauche ich nicht mehr erledigen. Nö, sollte so gehen. Okay. Einfach gucken, dass keiner guckt. Guckt keiner. Siehste? So. Jetzt kann ich nämlich wieder weiter. Und hier hoch. Guckt doch keiner, ne? Nö. Da guckt keiner. Nö. Geht alles. Hier muss ich hin. Hier werde ich mal ganz kurz... Warte, die steht hier gerade zu günstig. Der sieht das gar nicht, weißt du? Ich stehe da direkt... Ah, jetzt sieht er das, natürlich. Nö, sieht er nicht. Natürlich. Das ist unfassbar. Hey, komm doch mal ran, bitte. Ich muss dich einmal kalt machen. Hier bin ich. Mann, dass er das nicht gesehen hat. Direkt vor seinen Augen, weißt du? Natürlich. Na klar. Jetzt mach mal das bitte. So. Das Spiel ist so logisch einfach. Huch, ach, erbeuten muss ich jetzt. Ich wollte pfeifen, verdammt. Jetzt. Warte, dahin. Nein! Ach, Alter, mach die doch einfach kalt. Wie sonst auch immer. Wieso geht denn das nicht? Mann, wie sollte ich denn da auch rüberkommen? Die steht da total ungünstig. Warte mal, hier kann ich theoretisch weiter. Der kommt jetzt ran. Dann mach ich den mal alle. Gleich. Warte. Mach doch mal jetzt... Nein, jetzt... Alter, wieso macht der denn jetzt keinen Attentat, der blöd? Dieser komische Charakter da. Warum macht er das nicht? Verstehe ich nicht. Ach, Mann, ey. Jetzt hänge ich hier an dieser Mission fest. Ich komme da auch nicht weiter. Das ist ja das Problem. Und selbst, ich war ja schon mal da hinten, ne? Aber das hat mir auch nicht viel gebracht. So, der kommt jetzt da hin. Nicht? Hallo? Irgendwer muss doch mal vorbeikommen hier. Wieso stehen die eigentlich alle rum? Was machen die denn hier? Jetzt mal ernsthaft. Was machen die hier alle? Die stehen hier einfach nur rum. Und machen sonst nix irgendwie. So, der kommt jetzt... Oder die kommt jetzt nicht ran. Okay, dann kann ich jetzt mal weiter. So, diese Stelle ist auch nicht einfach. Auf jeden Fall. Muss man ja mal so sagen. Wer sieht mich denn da? Der sieht mich da. Okay. Ich glaube, ich muss da oben hin. Kann das sein? Nee. Da kann... Kann auch nicht... Eigentlich kann das nicht sein. So. Wenn ich jetzt hier... Natürlich. Das geht alles. Das sieht niemand. Die sind alle blind. Das hört die leider auch nicht. Komm, erbeuten. Nee. Pfeifen. Hier bin ich. So. Siehste, geht doch. Jetzt noch da hinten hin? Genau so. Ha. So, die Frage ist nur, wie komme ich denn da weiter? Hier kann ich nicht lang irgendwo, ne? Nee. Sieht nicht danach aus. Ich glaube nicht. Okay. Ich muss schon irgendwie noch dahin vielleicht. Hier kann ich hin. Nein! Ach Mann, das ist doch fies. Wie soll denn das... Okay, ja. Ich habe mich gerade auch dämlich angestellt, aber trotzdem. Die war selber versteckt. Also langsam wird es echt schwer. Oder ich stelle mich hier total doof an. Ich kann so eine Mission auch nicht so gut so anschleichen. Ich bin ja immer so voreilig. Und so unvorsichtig, weil ich immer eilig habe. Nur so ein bisschen. Und weil es auch schon so lange dauert, möchte ich das auch gerne mal fertig kriegen hier. Was passiert eigentlich, wenn ich... Okay, diese Rauchbomben funktionieren wunderbar. Jetzt komm doch mal ran hier. Alter, alte, komm ran hier. Hier bin ich doch. Die kommt auch nicht ran. Jetzt. Und der andere sieht das gar nicht. Natürlich. Alles total logisch. Och ey, Mann. Wieso würde ich... Weißt du, sonst kann ich da immer schnell rüber. Und jetzt werde ich natürlich entdeckt. Ach, das ist doch alles nicht wahr, ey. Echt mal. Also es bleibt mir ja nur dieser Weg. Und der wird kein leichter sein. Er wird steinig und schwer. So. Wieso haben die mich jetzt gesehen? Und wieso? Jetzt. Schnarch. Also manchmal, ne? Weißt du, direkt vor ihren Augen sehen sie es nicht, wenn da so ein Attentat geschieht. Weißt du, die gucken da alle, aber da sieht keiner. So, hier guckt auch gerade keiner. Jetzt natürlich dreht sie sich um. Weißt du, die ganze Zeit guckt sie in die richtige, also in die falsche Richtung. Also da, wo ich nicht bin, guckt sie hin. Und jetzt natürlich dreht sie sich um. Wenn ich gerade laufe. So toll einfach. So, irgendwer, irgendwer sieht mich hier oder auch nicht. Weißt du, das hier geht. Ja. Nicht. Okay, ich dachte schon. Ich wollte es nur mal zeigen, dass das geht, aber es geht anscheinend doch nicht. Gut. Die sehen offensichtlich doch einen Attentat aus dem Versteck heraus. Wäre auch irgendwie unlogisch, wenn nicht. Aber vorhin hat es auch geklappt. Und da war er auch ein paar Meter entfernt. Und hat direkt da hingeguckt. Und es hat trotzdem... Ach, frag mich nicht. So. Hm, toll. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt durchkommen kann, ohne die auszuschalten. Da bin ich mir gar nicht sicher. So, die gucken jetzt alle nicht? Nö. Vielleicht gucke ich einfach mal auf die Karte. Und sehe, niemand guckt. Oder doch? Da guckt jemand. Okay. Blöd. Ja. Das ist natürlich doof. Ach, jetzt ist die andere da. Mist. Geh mal weg, du andere Frau da. So, jetzt hier hoch und da rein. Wieso erkennen die mich eigentlich? Ich meine, ich bin doch eigentlich genauso gekleidet wie die, oder nicht? Ja, doch. Irgendwie schon, ne? Eigentlich dürften die mich gar nicht erkennen als Fremden. Das ist ja auch schon ein bisschen unlogisch. Aber gut. Hm. Frag mich nicht, wieso das so ist. So. Die merkt das. Schon, aber die anderen merken das nicht. Hallo, jetzt. Ah, wieso macht der denn kein Attentat? Boah. Wieso nicht? Verstehe ich nicht. Och, Alter, ey. Ich hab doch gedrückt, diese Attentatstaste. Also, die Maustaste halt. Und da hat's einfach nix gemacht. So, jetzt kommt die hier rein. Siehst du? Und jetzt gibt's einen Attentat und fertig. So. Also, ich mein, die wird jetzt da, ne? Nicht, dass ihr wieder denkt, dass... Ach, vergessen wir das. So. So, die sehen mich. Vor allem sehen die mich eigentlich und kommen doch nicht. Das ist alles total unlogisch hier. Was mich halt stört, ist, dass ich hier nicht weiterkomme. Ich hänge schon seit... Seit... Seit zwei Folgen an dieser Mission und komme hier nicht... Seit über zwei Folgen an dieser Mission und komme hier nicht weiter. Kann doch nicht sein. Und so lange kann ich auch gar nicht spielen, weil ich komme, wie ich auch schon erwähnt habe, gar nicht mit dem Enkodieren hinterher. Das müsste gehen, ne? Jetzt sieht er mich natürlich. Geh doch mal zurück, bitte. Nein! Och, Alter. Mann, das darf doch alles nicht wahr sein. Ich muss mir mehr Zeit lassen. Okay, jetzt alles ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Nicht hetzen, nicht hetzen. Alles in Ruhe machen und dann passt das schon. So. Bei der warte ich jetzt, bis sie in die andere Richtung geht. So, warte. Ich gucke mal auf die Karte. Das sieht gut aus. Jetzt müsste ich theoretisch rüber gehen können, ohne dass man mich sieht. So, hat... geklappt. Gut. So, jetzt könnte ich theoretisch auch weiter gehen. Und praktisch geht das auch. So, hier rein. Und da rein. Jetzt sieht mich schon wieder irgendwer. Ach, der da hinten. Ach Gott. So, die sehen jetzt aber nix. Gut. Kommt der jetzt... Ne, ach ne. Der kommt einfach nur so hier hin. Oh, das geht auch. Okay. Das ergibt Sinn. Ach, das geht... Ach, Alter. Wieso? Weißt du? Stand einfach zu schreien. Hier ist einer. Weißt du? Müsste ich eigentlich gleich entdeckt sein. Aber das geht nicht. Es ist so dämlich einfach. Teilweise. Oder irgendwie unlogisch. Und ich komme auch nicht weiter. Mann. Warum kann er nicht den Scheiß hier wenigstens mal speichern? Manchmal werden ein bisschen mehr Speicherpunkte auch nicht schlecht. Wobei es dann wieder zu einfach ist. Andererseits ist es ja eigentlich nicht einfach. Man muss nicht immer das gleiche dann machen. Das ist ja auch hilfreich. Und wird er nicht ungeduldig, weil immer das gleiche da kommt. So, jetzt aber hier. Bin ich durchgekommen? Gut. Damit kommst du nicht durch. So. Jetzt kann ich einmal hoch hier hin. Hier sieht mich niemand. Gut. Und dann kann ich mal hier hin. Hier sieht mich auch niemand. Außer diese Frau da gleich. Oder die würde mich zumindest nicht bemerken, weil ich erstmal warten muss, bis der andere weg ist. Mist. Hier kann ich bleiben. Schnarch. La 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 la. Ich warte so lang, bis die hier weg gehen. La 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 la. Gut. Und jetzt hier rüber, theoretisch. Vielleicht schleiche ich mich einfach mal da außen rum. So. Genau. Und dann warten. Halt, bis der andere da nicht hinguckt. So. Der andere muss mal ganz kurz weggucken. Dann kann ich nämlich so machen. Dann ist die auch weg. Siehste? So. Und jetzt könnte ich theoretisch auch den hier irgendwie ausschalten. Bestimmt. Ja, das klappt nicht. Mist. Okay, dazu muss ich glaube ich da rüber. Ich möchte ihn trotzdem ausschalten gerne. Das wäre toll. Müsste ja eigentlich gehen. Kommt der denn hier nicht vorbei? Der kommt doch hier. Ach, der, das merkt er nicht. Direkt hinter mir ist einer und geht da lang. Das merkt er überhaupt nicht. Das ist so schlau gemacht einfach. Ja, sorry. Muss ich ja mal sagen. Das ist einfach ein Traum an Logik einfach. Aber gut. Ist halt Assassin's Creed 4. Das ist generell nicht sehr logisch. Ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch dieses Spiels jetzt. Ach, Alter. Du hast mich nicht gesehen. Jetzt hau ab. Lass mich. So, wo gehst du hin? Da geht sie hin und guckt jetzt nach da. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier hin? So. So, das haben wir ja schon mal. Jetzt ist noch die Frage, wie komme ich da rüber, ohne vom Pistolenschützen gesehen zu werden? Der ja da oben auch ist. Was ein bisschen doof ist. Hier hätte ich jetzt gerne einen Speicherpunkt. Weil hier ist es echt nicht einfach. Halt, hier muss ich mal ganz kurz da rein. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Jetzt kann ich erst mal gleich pfeifen. Jetzt kommt der andere erst mal ran. Ne, jetzt kommt die. Okay. Oh Mann. Alter. Wieso? Wie soll man das denn machen? Das gibt es doch gar nicht. Das ist doch der richtige Weg. Der andere geht doch überhaupt nicht. Da werde ich doch sofort entdeckt. Das ist der richtige Weg. Aber ich weiß nicht, was ich da machen soll. Das ist fast ein kleines... Ne, das ist eigentlich... Eigentlich ausprobieren. Try and Error ist das praktisch. Oder ich muss einfach abwarten und gucken, was passiert. Eigentlich ist es ja kein Try and Error. Aber... Ich weiß halt nicht... So, mich hat interessanterweise hier gar keiner gesehen gerade. Es ist eigentlich gar kein Try and Error. Es ist eigentlich nur... Try and Fail. Ne, äh... Weiß ich nicht. Aber eigentlich ist es gar nicht. Man müsste bloß mal auf die Karte gucken, wo die ganzen Leute hingucken. Und sieht dann... Okay, der sieht das nicht. Oder die sieht das nicht. Ich bin nur direkt da. Ach, frag mich doch nicht. Das ist total sinnvoll. Och, mann, du sollst pfeifen. Jetzt macht er hier Beuten. Jetzt komm hier ran. Komm ran. Komm ran, du blöder... Komm ran. Das geht, weißt du? Der andere bemerkt das nicht. Oder die andere. Aber sobald du mal... Einen Millimeter daneben trittst, geht's schon nicht mehr. Ach, das ist doch total dämlich. So, du bist jetzt auch tot. So, jetzt kann ich hier nämlich weiter. Und zwar da hinten hin, theoretisch. Und dann kann ich ja mal so machen. So, jetzt bin ich bis hier gekommen. Das hat ja schon mal geklappt. Jetzt muss ich da bestimmt rüber. Ich sehe zumindest keinen anderen Weg, um da hinzukommen. So, das ist bestimmt auch Ziel des Spiels, dass man hier hingeht. Das ist bestimmt auch so gedacht. Die Frage ist halt jetzt nur, wie komme ich hier weiter? So, warte mal. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ihr seht mich gar nicht. Komm ran hier. Komm ran, Alte. Dass ich das auch nicht merke. Jetzt guckt der andere natürlich, was total praktisch ist. Boah, Mann, ey. Warum kommt die immer, wenn der andere guckt? Ha, das ist so scheiße. Mann, das ist doch kacke. Da kann ich ja nicht mal, kann ich da überhaupt irgendwas beeinflussen? Die kommen scheinbar irgendwie zufällig. Ich weiß es nicht. Oder muss ich eine bestimmte Anzahl mal pfeifen? Weißt du, die müssen es doch eigentlich beim ersten Mal hören. Oder beim zweiten, dritten Mal vielleicht. Weil das ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass man das nicht hört, wenn ich da pfeife, ja? So ist es ja nicht. Das hört man ja eigentlich. Hm, da pfeift jemand. Hm, geh ich mal nicht hin. Warum sollte man auch? So, hier hat mich keiner gesehen. Gut. Gut, dann kann ich jetzt mal ganz kurz gucken. Die gucken auch noch gerade weg. Okay, dann gehe ich mal ganz kurz hier hoch. Och, was machst du denn da? Mann. Hier hin. So, hier einmal ganz kurz warten. Okay, nochmal warten. Und noch mehr warten. Ich trinke so lange mal einen Schluck. Schnarch. Das ist doch scheiße. So. Müsst ja theoretisch. So. Falsche Taste war das eigentlich. Naja, egal. Ich wollte gar nicht pfeifen. Ich wollte eigentlich eine Antetat machen. Drücke ich schon aus Prinzip E. Was natürlich... Hier bin ich. Meine Fresse. So, siehst du mich? Da bin ich. So. Genau so. Halt. Nein. Ach, die sieht mich nicht. Nee, natürlich nicht. Das ist... Weißt du, da ist ein Assassine direkt vor dir. Hm. Da ist niemand. Niemand. Also wirklich. Nein. Geh da wieder rein. Jetzt guckt die andere natürlich. Ich sollte vielleicht auf die Karte gucken. Wo sie gerade hinguckt. So, jetzt müsste ich theoretisch... Ja, nee, warte. Ich gehe noch... Ich gucke noch mal... Ich warte noch mal, bis die wieder weg geht. Siehst du? Jetzt. Jetzt kann ich da theoretisch rüber. So. Siehste? Ha. Funktioniert. Jetzt hier rüber. Und einmal ganz kurz da rein. Okay. Jetzt kommt sie. Natürlich. Jetzt, wo der andere guckt. Da siehst du, genau das meine ich. Die kommt genau dann, wenn der andere gerade hinguckt. Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Da kann ich nichts machen. Das kann ich scheinbar auch gar nicht beeinflussen. Jetzt ist es schon nach dem zweiten Mal pfeifen gekommen. Ah. Also, das ist wirklich kacke. Die Stelle. Das hat ja nichts mit Herausforderungen zu tun, sondern mit Glück scheinbar. Vor allem musst du denn wieder hier vorne anfangen. Oh, nervt. Okay, warte. Die gucken jetzt alle nicht. Dann kann ich mal ganz kurz hier rüber. Und eigentlich auch gleich weiter. So. Das ist doch kacke. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal hinbekommen. Aber ich weiß nicht, wie. So, hier kann ich ja mal theoretisch. Ach so. Ich wollte auch gar nicht pfeifen. Mann. So, warte. Nee, warte. Halt. Jetzt kommt der andere da wieder. Komm ran hier. Komm. Hier, ich pfeife. Komm. Komm. Hier bin ich. Der guckt sich auch die ganze Zeit um. Alter. Hallo. Da. Das meine ich. Das ist doch nicht wahr. Jetzt. Siehste. Jetzt so. Geht doch. Die haben einfach immer das beste Timing. Das ist unfassbar. So, warte. Die andere da guckt gerade weg. Dann kann ich da mal mich von hinten anschleichen. Das hört sich so falsch an. Aber naja. Gut. Ich spiele schon wieder eine Stunde. Wat? Kann doch gar nicht sein. Eine Stunde hänge ich an dieser dämlichen Mission. Jetzt guckt die andere da nochmal. Ah. Ich kann aber gar nicht auf so viele verschiedene Sachen hier achten gleichzeitig. So, bis da komme ich schon mal hin. Die Frage ist halt, wie komme ich da weiter? Und ohne entdeckt zu werden. Vor allem in Anbetracht dessen, dass die immer so scheiße da sind einfach. Und genau dann hingucken, wenn ich das Attentat machen muss. Also die kommt genau dann, wenn der andere hinguckt. Das ist total doof. Vielleicht pfeife ich diesmal, wenn der andere hinguckt. Warte mal. Halt. Warte. Jetzt kommt der hierher. Genau. Ach, jetzt gucken sie beide. Mist. Jetzt kommen beide. Ach, Alter. Das ist doch kacke. Was soll ich denn machen? Ich muss die doch irgendwie dazu bringen, da tot um oder irgendwie hinzufallen und keine Ahnung. Das muss doch irgendwie gehen. Also das verstehe ich nicht. Ach, das geht auch. Natürlich, weißt du. Das geht, aber bin ich einfach mal durchgelaufen. Hat wunderbar geklappt, interessanterweise. Weißt du, aber sobald du... Ach, ich sag dazu gar nichts mehr. Das ist doch nicht wahr, ey. Gibt's doch nicht. Hier, du siehst mich nicht. Und du auch nicht. Jetzt hau ab. Hau ab. Ich hab gesagt, hau ab. Lass mich in Ruhe die andere da bewusst durchschlagen. Ich glaube, ich muss mir da ein Video angucken, wo jemand diese Mission gemacht hat. Wie heißen die überhaupt? Weiß ich nicht. Hab ich vergessen. So. Ach, der sieht mich auch. Der sieht mich. Ach, der sieht mich. Mist. Naja, gut. Baaana. Mann. Ja gut, das war jetzt auch ein bisschen dämlich, aber... Äh, trotzdem. Das gibt's doch gar nicht. Also diese Stelle hier, also... Ich weiß nicht. Wenn ihr das beim ersten Mal geschafft habt, dann... Äh, äh... Dann lügt ihr wahrscheinlich, weil ihr habt das wahrscheinlich nicht beim ersten Mal geschafft. Ich schaff's ja auch nicht mal beim hundertsten Mal hier. Ach, das darf doch alles nicht wahr sein, ey. Hau ab da, hier. Geh wieder zurück. Genau. Und jetzt lass mich einmal da rüber laufen. Und direkt weiter eigentlich. So. Gut. Das krieg ich ja schon mal hin. Hier scheitert's noch so ein bisschen. Jetzt sieht er mich hier natürlich. Und kommt hier hin. Aber ich mach ihn ganz kurz kalt. Ach, siehste. Jetzt haben wir den auch ausgeschaltet. Ist ja praktisch. Und jetzt gucken natürlich die anderen da hinten jetzt nicht mehr gut. So geht's auch. So, jetzt hier außen rum. Und dann probieren wir's mal mit... So. Mit so. Also machen wir's einfach mal so. Das klappt gut. Dann hier hinten hin. Dann einmal so. Okay. Und jetzt hier noch rüber. Genau so. Und jetzt hier rein. Ne, das ist doch richtig so, oder nicht? Vermute, dass es so richtig ist. So, wenn ich jetzt hier... Vielleicht muss ich ein Stückchen weiter weg gehen. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Jetzt ist der andere da. Jetzt... Ich lass ihn nochmal weg gehen. Mist, jetzt kommen sie wieder beide. Kacke. Ich geh mal ein Stückchen weiter zurück. Ne, jetzt kommt nur... Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Was passiert denn jetzt? Was macht sie denn jetzt? Das Problem ist, jetzt kommen beide. Jetzt geht so... Nein! Oh Mann, jetzt geht sie wieder weg. Ich bin doch... Da... Jetzt guckt der andere wieder. Nein! Oh, das darf doch nicht wahr sein! Ah! Scheiße! Sorry, liebe Nachbarn. Die jetzt wieder hören, wie ich hier ausraste. Oh, Alter! Wie geht denn das? Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab doch nur Pfeifen. Und sonst hab ich doch nichts, um die anzulocken. Und ich kann ja auch nicht einfach vorbei. Oder doch? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber wie soll ich da einfach vorbeikommen? Sag es mir. Ja, ohne dass ich entdeckt werde. Ist ja logisch. Das krieg ich natürlich hin. Wieso sollte das auch nicht gehen? Vielleicht probiere ich das einfach mal. Vielleicht geht's ja wirklich. Auch wenn ich das nicht glaube. Hier bin ich. Hier bin ich. Geh wieder rein. Jetzt kommt er hier her. Ha! Siehst du? Angelockt. Und gleich tot gemacht. So. Das war jetzt eigentlich der Sinn der Sache. Das wollte ich eigentlich hinkriegen. So. Und jetzt nochmal. Du hier. Guck mal. Die andere sieht das zum Beispiel gar nicht. Das verstehe ich nicht. Wieso sieht die das nicht? Das ist ganz komisch. Hier. So. Wieso erledige ich eigentlich alle? Muss ich alle erledigen? Also nicht alle, aber fast alle. Muss ich die erledigen? Oder kann ich da theoretisch auch vorbeigehen? Da hinten frage ich mich das vor allem. Hier ist ja jetzt noch. Hier ist ja jetzt noch einfach die alle umzu. Also hier hinzulegen. Bewusstlos zu schlagen. Hier ist halt die Frage. Warte mal halt. Huch. Ach jetzt kommt nur der. Das ist gut. So geht's natürlich auch. Ha! So geht das. Siehst du, jetzt habe ich die auch gleich. Jetzt bin ich die auch los geworden.